In das Haus werden eins sind sechs Kinder, Jugendliche, die bereits jetzt im Dorf leben, in Kinderdorffamilien und zwei Kinderdorfmütter gehen in Pension und dann war halt diese Idee und auch die Idee der Kinder und Jugendlichen, dass man da für sie eine Wohngemeinschaft kreiert und diese sechs Kinder signalisieren uns auch jetzt schon, dass sie sehr froh sind, dass wir dieses Projekt aufgegriffen haben und dass sie auch sehr froh sind, dass sie auch noch da im Dorf verbaut und weiterhin leben können. Das alte Haus wird abgerissen. Es ist sehr baufällig, Bausubstanz 1964. Es ist auch vom Keller her immer wieder Wasser eintritt, das heißt, das ganze Haus an sich ist nicht renovierungsfähig. Darum haben wir uns auch entschlossen, dass wir einen Neubau machen. Wir werden drinnen sechs bis acht Einzelzimmer haben und zwei dieser Einzelzimmer können auch als Gersonären oder als Studios verwendet werden. Das Haus an sich ist holzbauweise, teilweise barrierefrei, niedrig Energiebauweise, nachhaltige Baustoffe und wir werden auch ein Nutzwassersystem installieren. Meine Motivation, in diese Richtung auch zu gehen, ist, dass wir den Kindern ja auch und Jugendlichen beibringen sollen. In weiterer Folge, wann sie aus dem SS-Kinder darf rausgehen, dass sie auch dieses Bewusstsein mitnehmen, ich denke, das ist ein Teil auch dessen, was man ihnen so fürs Leben mitgeben soll. Es ist nicht alles immer so im Überfluss zur Verfügung gestellt und da ist halt mein Impuls, dass ich sage, ja, denken wir daran, dass man möglichst ressourcenorientiert leben. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Das ist nicht alles, was ich sage, ja, denken wir daran, dass wir das Leben mitnehmen sollen. Vielen Dank.